Nachdenkseiten Die kritische Website Das Flaggschiff des Liberalismus läuft amok, zeitgemäß. Von Wolf Wetzel, verantwortlich Redaktion Der Putsch in Bolivien wurde von zahlreichen Medien geleugnet oder verteidigt. Anschließend wurde auffallend wenig berichtet. Eine Ausnahme vom Schweigekartell macht die Zeit. Sie versucht noch immer, den Umsturz als Akt der Demokratie darzustellen. Nachdem der Putsch in Bolivien, der in Deutschland von FAZ bis TAZ als demokratische, zivilgesellschaftliche Sternstunde gehandelt wird, erfolgreich abgespult wurde, kehrt Ruhe in den kapitalgedeckten Blätterwald ein. Man berichtet auffallend kurz, so als müsse man sich dabei die Augen zuhalten, wenn man noch einigermaßen bei Trost ist. Keine Frage, wenn sich die zweite Vizepräsidentin des bolivianischen Senats, Janine Nanes, zum Übergangspräsidenten erklärt und dabei auf dieselbe Bibel schwört, die der glühende Putschist und Millionär Luis Fernando Camacho vor sich aufschlägt, als er den Boden des Präsidentenpalastes küßte, dann ist es besser abzuschalten. Die meisten Medien wissen natürlich, was kommen wird, was man nach ein paar Stunden Recherche herausbekommen könnte, also überlassen sie das Erwartbare bis Erwünschte dem Lauf der Dinge. Und dann hat die selbsternannte ganz christlich so skizziert, Zitat, Wir kommen aus einer der dunkelsten Episode unserer demokratischen Geschichte. An diejenigen, die Schaden angerichtet oder ein Verbrechen begangen haben, Gott und Gerechtigkeit werden euch richten. Zitat Ende. Spiegel.de vom 13.11.2019 Doch das Magazin Die Zeit macht in diesem Stillschweigekartell eine bemerkenswerte Ausnahme, wofür man dankbar sein sollte. Als hätte der Journalist Michael Ebmeier zu viel Coca-Blätter konsumiert, lässt er seine liberale Leserschaft wissen, dass die bolivianische Demokratie lebt, dass Evo Morales erzwungener Rücktritt der größte Erfolg einer Politik ist, die er selbst eingeführt hat, was laut ZEIT.de vom 12.11. zusammengefasst bedeuten soll, Es ist kein Putsch. Er führt aus, dass die Zivilgesellschaft, die die bolivianische Regierung ins Leben gerufen hat, dieselbe sei, die diese nun zum Teufel gejagt habe, was zusammengefasst heißen soll, dass die Regierung selbst an ihrem Rücktritt schuld sei. Und dann besteht die Zeit im selben Artikel noch einmal ausdrücklich darauf, dass es eine Rechte, die diesen Putsch eingefädelt und schon lange geplant hat, gar nicht gibt, sondern einzig und allein als Erfindung einer nachtragenden Regierung existiert. Zitat Kaum fällt das Wort Wahlbetrug, beginnt der Präsident vom Putsch zu reden. Dass die von ihm selbst eingeladenen Beobachter von der Organisation amerikanischer Staaten, OAS, ihr Befremden über die Zahlen äußern, ficht ihn nicht an. La derecha, die Rechte, wolle ihm den verdienten Sieg streitig machen. Die Rechte sind für Evo alle, die ihn nicht hofieren. Zitat Ende. Zeit.de vom 12. November 2019. Während also der Zeitjournalist nur Zivilgesellschaft sieht, wenn Häuser von Regierungsmitgliedern angesteckt, Regierungsgebäude besetzt werden und MAS-Mitglieder entführt und gedemütigt werden, weiß er um den Terror, der von der Regierungspartei ausgeht. Zitat Zur Einschüchterung der Demonstrierenden sendet die Regierung Schläger-Trupps aus, die mit Stöcken, Steinen, Macheten und Dynamit die Posten des Generalstreiks angreifen. Sieben Tage nach der Wahl ruft Morales seine Leute zur Belagerung unbotmäßiger Städte auf. Zitat Ende. Am Ende seines Artikels fasst er seine Grundgedanken noch einmal zusammen. Erneut Zitat Einen Putsch gegen ihn hat es nicht gegeben, so verlockend einfach diese bewährte Diagnose auch wäre. Evo Morales ist gestürzt, weil die Demokratisierung der bolivianischen Gesellschaft, die er selbst vor Jahren eingeleitet hat, stärker war als seine autokratischen Ambitionen. Wir dürfen seinen Rücktritt zu den größten Erfolgen seiner Politik zählen. Zitat Ende. Die Unterstützung von Putschen ist nichts Ungewöhnliches in Deutschland. Nun ist die Unterstützung und Begrüßung von Putschen und Diktaturen nichts Ungewöhnliches in Deutschland, vorausgesetzt diese Umstürze dienen denen, die sie partout nicht als solche werten würden. Wenn die Umstürze und Putsche den vitalen Interessen des Westens, also deren Menschenrecht auf freie und billige Zugänge zu Rohstoffen, entsprechen, dann war und ist jeder noch so blutige Umsturz ein Sieg für Demokratie und ein noch schwindelerregender Sieg für die Freiheit. An diesem Schwindel hat sich seit Jahrzehnten nichts, aber auch gar nichts geändert. Das Besondere an dieser aktuellen putschistischen Fürsprache ist die Leserschaft der Zeitung Die Zeit. Das haben wir dem Internet zu verdanken, also dem noch nicht ganz kontrollierbaren Medium. Sehr schnell haben sich in der Kommentarliste der Online-Version über 310 Zuschriften gesammelt, die es wirklich in sich haben. Sie widersprechen in großer Mehrheit dieser wahnsinnigen Drehung, mit der ein Putsch in eine Demokratisierungswelle verwandelt wird. Zitat Zuletzt hatte Morales neben einer kompletten Überprüfung der Wahl durch die OAS politische Gespräche mit der Opposition und schließlich Neuwahlen angeboten. Ich habe nichts mit Evo Morales und seiner Regierung zu verhandeln, antwortete Mesa in einer Videobotschaft und lehnte damit eine politische Lösung der Krise ab. Auch die Anführer des radikalen Bürgerkomitees aus Santa Cruz, Luis Fernando Camacho, wollte von einer Überprüfung der Ergebnisse und Neuwahlen nichts wissen. Er forderte ebenso den Rücktritt von Morales und die Bildung einer Regierungsrunda. Immer noch kein Putsch? Think Tank? Ja klar, wenn das Militär höflich um einen Rücktritt bietet, dann ist das keine Drohung und auch kein Putsch, sondern ein großer Erfolg der Demokratie. Hurra! Na so wie es für die USA gleich H. Clinton und natürlich im Gefolge für D. 2009 kein Putsch gegen den Präsidenten in Honduras gab und natürlich ist der, trotz Wahlbetrug und Dank Unterstützung durch die Drogenmafia 2018 gewählte Hernández für die USA und im Gefolge ein demokratisch legitimierter Präsident. Und die Konrad-Adenauer-Stiftung arbeitet seit Jahren in verschiedenen Ländern Südamerikas an rechten Parteien und Regime-Changes, da wundert einem die wohlwollende Zustimmung des Regierungssprechers zu diesem Putsch auch nicht mehr. Natürlich war es ein Putsch von Militär und Polizei. Die gelegten Audiodateien, Gesprächsmitschnitte zwischen US-Senatoren, bolivianischen Oppositionellen und Militärs erhärten auch den Verdacht, woher die Korruptionsgelder kamen. Wenn in den nächsten 12 bis 24 Monaten die Nationalisierungen rückgängig gemacht werden und globale Konzerne und man achte dann auf die Nationalität dieser Konzerne, wieder die Macht und Erträge dafür übernehmen, dann war es mit Sicherheit ein Putsch. Ernst Bloch würde besser schreiben. Durch den Artikel erhält man den Eindruck, dass die Rechte in Bolivien ein Hirngespinst von Evo ist. Der im Artikel als Volkstribun bezeichnete Fernando Camacho ist Präsident des Comité Civico pro Santa Cruz. Die Internationale Vereinigung für Menschenrechte bezeichnete diese Organisation vor einigen Jahren als Akteur und Förderer von Gewalt und Rassismus. Zitat Ende. Morales-Unterstützer sind autoritäre Pseudo-Linke mit krypto-rassistischen Dogmen. Und dann mischt sich doch noch der Autor Michael Ebmeier ein und fasst die vielen ihm vorgehaltenen Hinweise, Quellen und Auslassungen so zusammen. Zitat. Ach, so viele ermunternde Zuschriften von Leuten, die sich offenbar bestens auskennen. Emotionante de verdad. Aber die neunmal Klugen auf dem Mansplaining-Portal heise.de etc. müssen einem ja auch leid tun. Es gibt nichts Schlimmeres für autoritäre Pseudo-Linke, als ihre krypto-rassistischen Dogmen infrage gestellt zu sehen. Zitat Ende. So viele verständliche und kryptische Beleidigungen auf engem Raum muss man erst einmal zusammenbringen. Bei anderer passender Gelegenheit hätte die Zeitmoderation diesen Beitrag mit folgender Erklärung gelöscht. Entfernt. Bitte formulieren Sie Kritik sachlich und differenziert. Danke, die Redaktion. Die Moderation-Kriterien gelten selbstverständlich nicht für den Autor. Beenden wir diese Rundschau mit einer bemerkenswerten Erwiderung. Zitat Ende. Wer den Coup als Coup bezeichnet, ist also ein mansplainender, krypto-rassistischer, autoritärer Pseudo-Linker. Das hat aus ihrem Mund eine ähnliche Ironie wie Bolsonaro, der seinen Kritikern Kolonialismus vorwirft, oder Clinton-Berater, die Kritik an den Verbrechen der Clintons in Haiti zielsicher als Sexismus ausmachen. Aber wischen wir uns doch einmal den Schaum vom Mund. Ihre sogenannte Analyse beschränkt sich doch, wie man sehr schön im ersten Kommentar von Ihnen hier sehen kann, fasst ausschließlich auf moralische Entrüstung über die Person Evo Morales. Der Lauf der Geschichte wird aber nicht wirklich von den starken Männern und ihren Visionen oder moralischen Exzessen, Gesetzesbruch, Korruption bestimmt, auch nicht von tapferen Bürgerlein mit integren Visionen. Geschichte ist nur in Wechselwirkung mit den materiellen Umständen, unter denen sie stattfindet, zu verstehen. Und die sehen so aus, dass Bolivien nach wie vor und seit jeher aller natürlicher Reichtümer zum Trotz oder deswegen ein Land frappierender Ungleichheit ist. Evos Regierung hat hier vor allem in den ersten Jahren große Fortschritte erwirken können. Armutsreduktion um mindestens ein Drittel. Trotzdem überwog die Unfähigkeit, die Eigentumsstrukturen zu reformieren und Land, Ressourcen und Betriebe des Landes zu sozialisieren, wie es ja die Quintessenz des Sozialismus ist und zunehmend eine gewisse Komplizes schafft mit dem Kapital gerade in Fragen der Umwelt. In der Kommentarleiste bin ich auch auf einen Link zu einem Online-Portal mit dem pfiffigen Namen Greyzone, Grauzone gestoßen, das der Journalist und Autor Max Blumenthal gegründet hat. Dort beschäftigen sich mehrere Beiträge mit den Personen, die der Zeitautor hinter der Maske einer Zivilgesellschaft zum Verschwinden bringen möchte. Eine Allianz aus reaktionären, faschistischen, kriminellen und imperialen Interessen, die beste Verbindungen zu Gleichgesinnten und anderen lateinamerikanischen Ländern haben und ebenso gute Beziehungen zu US-Regierungsstellen unterhalten, die kaum verdeckte Verbindungen zum US-Geheimdienstkomplex pflegen. USAID All das liegt offen auf der Straße, wenn man nicht mit dem Facelifting der demokratischen Opposition in Bolivien beschäftigt ist. Dann stößt man sehr schnell auf Personal und Ideologien, die seit Jahrzehnten mit ihren Ex-Kolonialherren zusammen das Land und die Menschen ausbeuten, die Bolivien in ein Eldorado für Millionäre und in ein Massengrab für andere verwandeln und nun ihre ökonomische und militärische Macht wieder mit der politischen Macht krönen möchten. Militär Boliviens – von strafrechtlicher Verantwortung befreit Was partout kein Putsch sein darf, macht sich seelenruhig daran, genau diesen Zug um Zug umzusetzen. Am 15. November 2019 unterzeichnete die selbsternannte Putsch-Präsidentin Janine Nanes ein Dekret, wonach das Militär auf die Opposition schießen darf. Bei Operationen zur Wiederherstellung der inneren Ordnung seien die bolivianischen Militärs von strafrechtlicher Verantwortung befreit. Quasi im selben Atemzug bedankte sich die Putsch-Präsidentin bei der deutschen Bundesregierung für ihre de facto Anerkennung. Das Auswärtige Amt hatte tags zuvor über Twitter erklärt, man begrüße, dass Sanes als Interimspräsidentin von Bolivien angekündigt habe, innerhalb von drei Monaten Wahlen anzusetzen. Dankenswerterweise räumt das Putschpersonal auch mit dem Scheinargument von Wahlmanipulationen und Wiederherstellung der Demokratie eigenhändig auf. Zitat Parlamentarier der Bewegung zum Sozialismus MAS von Morales riefen für Dienstag zu einer gemeinsamen Sitzung beider Kammern des Parlaments auf. Dabei sollten Abgeordnetenkammer und Senat über den Weg zu Neuwahlen debattieren. Wir können uns zusammensetzen und einen Dialog führen, sagte die Senatorin Eva Koppa, MAS, die am Donnerstag zur neuen Vorsitzenden der Zweiten Parlamentskammer gewählt worden war. MAS verfügt über eine breite Mehrheit im Parlament. Abgeordnete der konservativen Partei Unidad Democrata, UD, der auch die Übergangspräsidentin angehört, lehnten die Einberufung zu einer gemeinsamen Parlamentssitzung jedoch als unrechtmäßig ab. Arnaz erklärte am Sonntag, die Regierung werde bald Neuigkeiten über den Aufruf zu Neuwahlen bekannt geben. Zitat Ende FR vom 19.11.2019 Es geht schlicht und einfach um die Ausschaltung einer parlamentarischen Mehrheit, also um die Liquidierung dessen, wofür man angeblich die Regierung zum Rücktritt gezwungen hat. Wenn es also ganz und gar nicht um Morales geht, sondern um eine politische und parlamentarische Mehrheit, die der Oligarchie im eigenen Land und den Verbündeten im Weg steht, dann hat man auch den eigentlichen Putschgrund, der nicht ganz so edel ist wie die Herstellung der Demokratie. Seitdem die MAS an der Regierung ist, hat sich vieles verändert und einigen viel zu viel. Zitat Tatsächlich ist seit 2006 einiges geschehen. Vor allem verleiht er Morales, der bis dahin diskriminierten indigenen Mehrheit Boliviens, ein neues Selbstwertgefühl. Armutsbekämpfung, kostenlose Gesundheitsversorgung, der Kampf gegen die Kindersterblichkeit. Das alles hat die Regierung umgesetzt, wenn auch nicht optimal. Bolivien ist immer noch ein armes Land in Südamerika, aber das Pro-Kopf-Einkommen der 11 Millionen Einwohner hat sich in Morales Amtszeit verdreifacht. Und der Umgang mit Boliviens Rohstoffen ist ein anderer geworden. Vorm Profit bei Gas und Erdöl behielten internationale Konzerne bis dahin 82 Prozent ein, für die Staatskasse blieben kümmerliche 18 Prozent übrig. Der Gewinnanteil wurde umgedreht. Zitat Ende, deutschlandfunkkultur.de vom 16.10.2019 Es sind diese kümmerlichen Profite, die den Putsch antreiben und jene zu Propagandisten von Putschen machen, die die Selbstverständlichkeit satter Gewinne für das Normalste der Welt halten. Wo ist der Protest der europäischen Linken? Das Schlimme an diesen Putschfreunden ist nicht, dass es sie heute gibt. Das Schlimme daran ist, dass sich all das wiederholt, was in den 1960er und 1970er Jahren zu Diktaturen in Lateinamerika geführt hat. Das Personal, die Begründungen, die Absichten und die Ziele, die damit einhergehen, sind exakt die gleichen. Aber noch schwerer ist auszuhalten, dass es auf der anderen Seite wenig gibt. In den 1960er und 1970er Jahren stießen die Diktaturen und ihre Rechtfertigungen auf eine Linke in Europa, in Deutschland, die diese nicht nur ablehnten, sondern mit massivem Widerspruch beantwortete. Zehntausende gingen auf die Straße, um zum Beispiel gegen die Diktaturen in Chile und El Salvador zu demonstrieren. Und dabei war die Linke auch damals alles andere als homogen. Und dennoch waren sich sozialdemokratisch, sozialistisch, kommunistisch, autonom und antiimperialistisch gesinnte Linke einig, wenn es um den Kampf gegen koloniale und postkoloniale Verhältnisse geht. Heute haben wir eine Linke, die fast nicht mehr vorkommt. Die Linke, die diesen Putsch in Bolivien ablehnt, ist marginal und als Widerspruch nur im Netz. Als Ausnahme für diese Regel wäre die Linksfraktion im Bundestag zu nennen, die den Putsch klar verurteilt hat. Auf der anderen Seite haben wir eine Taz und eine Partei, die Grünen, die zwar händeringend darum betteln, in der Mitte aufgenommen zu werden, aber dennoch mit ihrer linken Vergangenheit gelegentlich hausieren gehen. Und sei es dadurch, dass es einzig und alleine ihr vorbehalten bleibt, die Putsche in Brasilien und Bolivien mit einem feministischen Olivgrün zu tarnen, weil es dort um zwei entbehrliche Männer geht. Unter dem Artikel finden Sie zahlreiche weiterführende Verlinkungen. Dieses Audio konnte nur entstehen, weil zahlreiche Leser und Leserinnen die Nachdenkseiten fördern und durch Spenden unterstützen. Wenn Sie auch etwas tun wollen, klicken Sie einfach den entsprechenden Button auf unserer Website an. Übrigens, Sie können uns auch bei iTunes, Soundcloud und YouTube hören und wenn Sie mögen, gerne unseren Kanal abonnieren und eine positive Bewertung für uns abgeben. Wir freuen uns über Ihre Unterstützung und die Weiterverbreitung unserer Inhalte. und Sie können uns überlle Netzwerke reinigen, etwas hinter demodesklaven, und Tanpen, und dann أن wir uns hier�aros tapes, Untertitelung des ZDF, 2020